Ja, hi. Ich finde, wir sollten nochmal Tacheles reden. Und zwar richtig Tacheles. Ich habe sehr, sehr oft gesagt, bring alles in die Kristallenergie. Aber sowas von schnell. Damit das gereinigt werden kann. Damit das, was du vorfindest, damit deine Energie gereinigt werden kann. Deine Gedanken natürlich. Damit das, was du vorfindest, dich auch wirklich glücklich macht. Und lass dir bitte von einem anderen nicht erzählen, was dir glücklich zu machen hat. Das finden die Kirchen nämlich sehr. Also allesamt. Dann noch. Viele sagen, nein, das geht so nicht. Ich glaube, Gott ist ja meine Stütze. Und meinen dann aber gleichzeitig, dass sie es jetzt nötig haben, alles in die Kristallenergie zu bringen, damit sich diese Stütze auch bewahren kann. Und jetzt frage ich mal, denken wir mal scharf nach. Wenn Gottes Prinzip das ist, alles in die Kristallenergie zu bringen, alles zu reinigen, weil dann auch alles dann wieder geändert wird. Wenn es das Prinzip ist. Wer könnte ein Interesse daran haben, dass du das nicht tust? Wer? Wer? Wer könnte ein Interesse daran haben? Kristallenergie ist natürlich genial, weil es eine reinigende Kraft ist. Davon rede ich ja noch andauernd. Aber wer könnte ein Interesse daran haben, dass die Menschen sich ohne Söhne weigern, alles in die Kristallenergie zu bringen? Wer? Ich habe keine große Lust, Gott ist in die Kristallenergie, damit das, was ich haben will und was ich vorfinden will, entstehen kann. Ich bin nicht glücklich, wenn mir irgendjemand sagt, worüber ich glücklich zu sein habe. Ich finde das vor, ich finde das vor, was mich glücklich macht. Und ich bin diejenige, die entscheidet, ob sie das, was sie vorfindet, haben will oder nicht. Aber damit sie das vorfindet, was sie haben will, bringe ich dafür, bringe ich auch eines in die Kristallenergie. Gott hat verschiedene Abstufungen. Von ganz oben nach ganz unten. Und ganz unten sitzen die, die jammern und klagen und dem, wie ich bin. Das sind wirklich die, die ganz verloren haben. Weil sie ihre Eigenmächtigkeit oder ihre eigene Macht nicht erkannt haben. Das ist eine ganz blöde Sache. Wenn sie ihre eigentlich ständiges Denken zu Hause lassen. Und das sollten sie nicht tun. Ganz einfach deshalb nicht, weil man sonst mit ihnen ganz einfach Fußball spielen kann. Gestern schrieb mir jemand, ja Gott ist ja meine Stütze, Gott ist ja mein Heil. Und sowas, und du kannst ja deine Kristallenergie anbeten. Nein, nein, ich bin bei Gott, Gott ist ja meine Stütze. Die glaubt das ernsthaft. Ein unselbstständiger, träger Mensch. Und was darf ich dich fragen? Was glaubst du nun? Welche Abstufung von Gott könnte ein Interesse an solchen Personen haben? Gut. Ich denke mal, dass du heiligst intelligent bist, da selber hinter zu kommen. Das hoffe ich. Und ich hoffe, dass du in der Lage bist, sich von irgendwelchen traditionsfixierten Ansichten zu lösen. Wenn du alles in die Kristallenergie bringst, gibt es keinen Grund mehr, an irgendwas zu kleben. Und die Idee, es gab so früher, gab es so mal diese Idee. Menschen können sich ja auch über gar nichts mehr freuen, über kleine Dinge des Lebens. Warum soll ich mich auch über kleine Dinge des Lebens freuen, wenn ich große Frau finden will? Man kann sich auch mal über eine Blume am Wegrand freuen. Warum das denn? Ich bin ziemlich sicher, dass die Blume am Wegrand sich freut, am Leben zu sein. Und ich habe kein Recht, das auszutreten. Warum sollte ich, wenn sie sich gerade freut, am Leben zu sein? Aber des Weiteren ist sie mir egal. Da sollte ich mich mal eines Tages entscheiden, ein Blume am Wegrand sein zu wollen, dann werde ich auch das können. Aber zur Zeit bin ich ein denkender Mensch. Und wer sagt das, dann blumet das nicht aus. Eine denkende Blume sozusagen. Ja, und das geht immer mit allen Sachen so. Ich sag dir ja, du bringst erstmal alles in die Kristallenergie, damit du das vorfinden kannst, was du vorfinden willst. Wenn dieser Schritt unterbleibt, findest du noch nur noch Unsinn vor. Und dann bist du irgendwann in so einem Jammertrupp, wie die, die uns hier ansamt im Gehen. Hast du mal übersehen, was du mal gesehen hast auf Facebook-Loses? Die sind also, ich frage mich, was die glauben, was sie mit ihrem Gefahr sind, eigentlich erreichen. Das werden sie in ihrem Leben vorfinden. Das ist günstig, denn es macht sie sehr glücklich, dass sie dann allen anderen dafür die Schuld geben können. Ich frage dich, was mit so einem Pack anfangen will. Ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, was es dazu zu sagen gibt. Mehr kann man dazu nicht mehr sagen. Ich sag dir ja, also den Pilatus, ich mache, ich wasche meine Hände in Unschuld. Das ist das, was dieser Satz eigentlich genau heißt. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Was heißt genau das? Ich bringe alles in die Kristallenergie. Und damit geht mich das alles zur 20. Phase der anderen überhaupt nicht mehr an. Und da ich mein eigenständig denkender Mensch bin, ich gucke mal, was hier noch los ist, kann mir keiner mehr die Quere kommen, sozusagen, was ich nicht haben will. Ich sagte doch, ich bin ein Mensch, ich will einfach, dass man mir vertrauen kann. Wenn man zu mir kommt, weiß man ganz genau, was ihn erwartet. Ich sag's ja laut und deutlich. Und habe nun wirklich keine große Lust mehr, darüber zu diskutieren. Denn das ist das Spannende an einer Göttlichkeit. Die diskutiert nicht. Wirklich nicht. Du kannst mit dem Leben nicht diskutieren. Das funktioniert nicht. Also, du kannst, wenn du sagst, ich finde es aber gut, ich finde, dass man darüber reden sollte, man sollte debattieren, man sollte auch mal die anderen Meinungen hören. Na bitte, dann hör halt die anderen Meinungen an, lass dich dann davon in den Sumpf ziehen. Also, ich debattiere hier nichts mehr. Das tut meines Wissens die obersten Prinzipien auch nicht. Warum sollten wir auch? Naja, aber wenn es euch noch Spaß macht, dann diskutiert halt. Okay, das war's. Mir wollte ich gar nichts dazu sagen. Ich hab's ein bisschen einig, da muss ich auch gerade gucken. Also, ich danke dir dann erstmal fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass du dich für, dass du dich wirklich für etwas entscheidest, was dich wirklich glücklich macht. Das mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich habe mich für einen Daseinszweck entschieden, der mich immer glücklich macht. Weil Kristallenergie mich nochmal scharniert. Ich liebe es nochmal. Und du kannst da ja auch hin, wenn du es vorziehst. Wenn nicht, dann so gerne an einem Weg. Also, bis dann. Tschüss.